Das sieht eigentlich mehr nach einem täglichen Effekt aus. Du treibst heute schon sehr elegant, wenn du bist. Ach, du meinst hier Eschbach runter? Ja. Schöne Stelle, ne? Mhm. Ich wäre jetzt nicht so auf die Idee gekommen, die Linie so zu wählen, dass du so vorbeikommst, aber... Das war der Tim. Der Tim Wirnich. Das sieht eigentlich mehr nach einem täglichen Effekt aus, oder? Ja, ich habe schon nichts gesehen. Sie tamanho davon? Ja. Ich muss auch nischwert sein, wie eine Ind пес Farbe Thorpe. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da war es doch immer Dreck. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, das sage ich ja jedes Mal. Ja, aber der Speed, den du im letzten Fall hast, ist es schneller geht auch nicht. Also zumindest nicht mit der Kiste. Ja. 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 Ja, das ist wunderbar schön von der Abstimmung her. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns gleich wieder.